Christian Sasse ist wieder mal auf Mallorca Megapark Opening 2014 Wieder mal gestrandet Wieder mal gestrandet, genau Wir sind heute Morgen um 5 Uhr geflogen, noch gar nicht geschlafen Echt nicht Und dann sehe ich direkt Ina Colada und die Sonne geht auf Und natürlich DJ Charlie auch Ja Wir haben eben einen heißen Tipp bekommen Es wird einen neuen Knaller-Hit geben, der erst eineinhalb Tage promotet wird Also noch ganz Seit letzter Nacht eigentlich Eigentlich wird es seit letzter Nacht eigentlich so richtig promotet Wie heißt das Ding denn? Ola Ole Ola Ole Ola Ole Ola Ole Die Party geht die ganze Nacht Bis morgen Ola Ola Ja Also für mich die Nummer 1 an der Playa Das ist Stimmung und das ist Partykur Man könnte auch sagen Ola Ole Die Playa bebt die ganze Nacht Bis morgen Ich habe einen heißen Tipp Das Video wird jetzt online gestellt und in einem Jahr schauen wir mal Wie viele Klicks das Ding bekommen war Wenn das ein Hit wird, wird das Video auch ein Erfolg Ja das ist das Dann wird es Du sorgst dafür Du sorgst dafür In diesem Sinne, Christian sagst dafür TV News on Tour Tschüss Ola Ole Ola